Hallo und herzlich willkommen zum Arena Guide. Ich bin Kamlan und streamiere nunmehr seit über drei Jahren Hearthstone hauptberuflich, spiele es auch auf dem Pro Level, habe ganz viele Turniere rund um die Welt gespielt und gerade am Anfang sehr viel Arena gespielt, mittlerweile gar nicht mehr so häufig, weil man spielt dann eher Standard auf den ganzen Turnieren, aber Arena ist die beste Möglichkeit, um ohne Geldeinsatz an Hearthstone Karten zu kommen, also um die Collection aufzubauen und drum habe ich im Laufe der Zeit doch etliches an Arena Matches gemacht. hinter mich gebracht und heute geht es mal so um die Basics, also es ist eher so ein Anfänger Guide, aber auch fortgeschrittene Spieler werden glaube ich das eine oder andere mitnehmen können, hoffe ich doch zumindestens. Ich habe auch in den Comments sind ganz viele Links da von allen Sachen, die ich ansprechen werde, also da gibt es auch nochmal was. Also Arena, was ist Arena? Es gibt drei Modi, die in Hearthstone verfügbar sind, die man spielen kann, das heißt Standard, Wild und Arena. Standard ist mehr oder weniger das Turnierformat und ja, die ganze Ladder Geschichte findet ihr da auch. Wild hat auch eine Ladder, da kann man dann alle Karten spielen, also wenn ihr sagt, okay, ich habe Hearthstone jetzt seit langer Zeit jetzt nicht mehr gespielt oder so, aber ich habe die ganzen alten Karten, ja, vielleicht einfach mal in Wild reinschauen oder die ganzen Karten craften und Standardspielen, äh, Dustin meine ich und Standardspielen. Ähm, und Arena hat den Vorteil, naja, ihr braucht keine Kartensammlung zu haben, äh, und das ist, äh, doch glaube ich für Anfänger einen Riesenvorteil, abgesehen davon, wie ich schon sagte, es ist die beste Möglichkeit, äh, eine Kartpool aufzubauen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ähm, Arena geht bis zwölf Winds oder drei Niederlagen, je nachdem, äh, ja, was halt schneller erzielt wird. Ich hoffe für euch zwölf Winds. Äh, drei, drei Niederlagen, ähm, endet das Ganze. Das heißt, ihr könnt sieben, drei gehen, acht, drei, neun, drei, wie auch immer, äh, oder zwölf, null, äh, wenn ihr ganz begnadet seid und auch ein gutes Deck kriegt. Äh, ja, Arena. Kommen wir mal hier dazu. Es gibt vier Phasen in der Arena, nämlich erstens Klasse wählen, zweitens Deck bauen, drittens, tja, das Deck spielen halt, äh, viertens, und das ist wahrscheinlich der angenehmste Part, äh, für viele von euch, die sagen, ich brauche Packs, nämlich die Belohnung kassieren. Und, äh, schauen wir das, äh, uns mal an. Ähm, es gibt verschiedene Klassen in der Arena, die ganzen neuen Standardklassen, und, äh, manche Klassen sind besser als andere in der Arena. Ähm, von Haus aus sind der Magier und der Paladin eher die stärkeren Klassen, aber auch der Warlock aufgrund seiner starken Heldenfähigkeit nicht zu verachten. Und das ändert sich aber, äh, je nachdem, äh, welche Klasse, welche Karten zu welcher Expansion zur Verfügung hat, und es gibt sowas wie sogenannte Tierlisten. Momentan, zur Erstellung des Videos, sieht das Ganze so aus, so, 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 so sieht das aus. Ähm, der Magier von Haus aus, äh, wie schon gesagt, eine der ganz, ganz starken Arena-Klassen, hängt damit, äh, zusammen, dass es, äh, dass der Magier ein gutes Basiskartenset hat, und auch der Paladin zumindest noch in den Top 4 hier zu finden. Ich hab die Stats von Haas Replay genommen, die sind relativ aktuell, ähm, ist momentan, ähm, ein bisschen anders, weil zum Beispiel, wir sehen den Rogue, den Schurken, äh, Baleera, an sich, äh, in, in dem letzten Jahr jetzt immer eine sehr, sehr, sehr gute Arena-Klasse gewesen, aber, äh, wir haben momentan Taverns of Time, ein besonderes Event mit besonderen Karten, die zusätzlich auch nochmal in die Arena reinkommen, und da hat der Rogue nicht so gute Klassenkarten, weshalb der momentan ein bisschen schlechter ist, aber, ähm, ja, haltet euch da einfach up to date. Dann wisst ihr, welche Klassen ihr nehmt, und dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil, äh, ich nehm halt lieber die 53,5% Winrate mit, als die 46,3 beim Druiden, äh, kriege auch, zum Beispiel hier auf der Nummer 7 eher von Haus aus schlecht. Warum? Weil die Heldenfähigkeit und das Basiskartenset einfach nicht so super gut sind, äh, für, für den Spielmodus. Aber sei's drum. So, also, ihr wählt also eine Klasse aus, die besser ist als die andere, dann baut ihr das Deck. Ähm, das Deck bauen, äh, ist ein bisschen tricky, weil, ähm, das ist die halbe Miete, ja. Ein gutes Deck, äh, ist, ist extrem wichtig, und, ähm, ihr baut in der Regel, und das ist der Trick an der Sache, ohne jetzt da genau ins Detail reinzugehen, ihr baut in der Regel entweder ein Midrange-Deck oder ein Tempo-Deck. Warum? Es gibt keine, keine Combo-Decks in der Arena, nicht so wirklich hier, also es ist halt super, super selten, weil, ähm, man braucht die Combo-Pieces, man muss, ähm, quasi Deck ausdünner spielen, ähm, man braucht die Combo-Pieces auch öfters, und das, ähm, funktioniert einfach nicht, das ist einfach zu selten, dass sowas, äh, passiert. Und es gibt auch kaum Control-Decks, ähm, warum nicht? Weil Control-Decks, ähm, ganz viele Antwortkarten spielen, und ein paar richtig heftige Threads, sagt man da auf Englisch, ähm, ähm, sorry für die ganzen englischen Begriffe, ähm, im Pro-Bereich wird halt, äh, relativ viel Englisch gesprochen, ich kenne viele deutsche Bezeichnungen auch gar nicht, muss ich gestehen, aber, ähm, ja, viele Bedrohungen, sagen wir es mal so auf Deutsch, ähm, die, die da hinten rauskommen, und die mit vier, vier, fünf Karten oder so, die dann alleine das Spiel gewinnen, und auch das ist halt zu selten, dass das passiert, dass man halt nur Antwortkarten spielt, und dann einfach so ein paar Bomben im Deck hat, die einem das Spiel carryen können. Ähm, dementsprechend also, Midrange-Decks, äh, sind quasi gang und gäbe. Was sind Midrange-Decks? Midrange-Decks sind in der Regel Decks, die einfach, ähm, Minion-based sind, das heißt, die viele Kreaturen spielen, äh, und versuchen jede Runde ein sogenanntes Power-Creep zu spielen, das heißt, jede Runde quasi eine ganz, ganz starke Kreatur aufs Board zu bringen, und dann so das Spiel zu gewinnen, weil, ja, das Ganze dann eskaliert, äh, und, äh, that's it. Und, äh, dann gibt's noch die Tempo-Decks oder die Agro-Decks, ähm, Agro ist auch eher selten, weil, ähm, du kriegst die, die Mana-Kurve kriegst du nicht hin für Agro-Decks in der Arena, das heißt, du musst ganz, ganz schnelle Karten spielen, ganz viele kleine, ähm, Kreaturen, die viel Schaden, äh, in ganz kurzer Zeit machen können, und dann auch noch Zauber machen, die auch ins Gesicht gehen können, und das ist dann der Part, der eher etwas, äh, zu selten ist. Ähm, und, das heißt, wenn ihr euch ein Deck baut, schaut, dass ihr eine gute Mana-Kurve habt, das ist das A und O, und wenn ihr spielt, schaut, dass ihr auch dort eine gute Mana-Kurve hindeckt, das heißt, was ich mich halt immer frage, wenn, wenn ich mit Range-Decks spiele, ist, ähm, was spiele ich die nächsten zwei, drei Runden? Wenn ihr, jeder Zug, den ihr macht, ist halt nur so gut wie die, wie die nächsten zwei, drei Runden, die ihr machen könnt, und was spielt der Gegner nächste Runde? Und das ist der Part, der ein bisschen schwieriger in der Arena ist, weil einfach, ähm, man das weniger gut vorhersehen kann, was der Gegner macht, weil es viel davon abhängt, was hat er für ein Deck und so. Und da ist die Variation einfach viel größer, als jetzt zum Beispiel in Standard. Also, auch beim Deck-Bauen eben auf den Mana-Kurve achten, was sollte noch alles drin sein? Ihr solltet, äh, starke, ein starkes Early-Game haben. Ich schaue immer, dass ich so sieben bis neun, äh, Karten habe, die ich auf der Starthand halten will. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr das Deck erstmal gebaut habt, ähm, dass ihr schaut, okay, bevor ihr in die erste Runde reingeht, welche Karten will ich überhaupt auf der Starthand halten? Und das sind meistens die kleinen Kreaturen, One-Drops, Two-Drops, ähm, also Karten, die ein oder zwei Mana kosten, oder auch vielleicht drei Mana teilweise, äh, je nachdem, ob ich die Münze halt habe oder auch nicht. Und dass ich dann halt gut, ähm, ja, jedes Mana ausnutzen kann. Und, äh, man schaut wirklich, dass man kein Mana verliert, das ist wichtig, ähm, ja. Also, zum Deck-Bauen außerdem noch zu sagen, ähm, auf die Kurve achten. Man sollte drin haben, ähm, ja, Single-Target-Removal, das heißt, äh, Antwort-Karten, das heißt, Zauber, die einzelne Kreaturen rausnehmen können, äh, Area-Effect-Removal, das heißt, äh, Zauber, die Flächenschaden machen können, so zum Beispiel, ja, Flamestrike, Blizzard und so weiter und so fort beim Magier. Ähm, da muss man nicht so super viele drin haben, aber, ähm, das ist halt, das ist halt schon sinnvoll, weil, wenn man Midrange gegen Midrange spielt, wird es so sein, dass, äh, man selber liegt Kreaturen, der andere liegt Kreaturen, man versucht, ähm, gute, äh, gute Tausche hinzukriegen. Und, ähm, ja, aber irgendwann ist es halt so, dann sind vielleicht beide, beide Seiten des Boards relativ voll und dann haut man AOE drauf und man gewinnt. Also, das ist wichtig. Und vor allem, ähm, gutes Early-Game, gutes Mid-Game auch, das heißt, Kreaturen im, im 4-Mana- und 5-Mana-Bereich sind auch extrem wichtig, weil das ist da, wo, ähm, der Archetyp am meisten davon profitiert, aber dann auch 6er, 7er dann hinten raus, dass man so ein paar Bomben hinten raus noch hat, äh, und einem nicht sofort die Karten rausgehen. Also, das ist beim Deckbauen zu beachten. Ähm, Deck spielen, ja, Deck spielen, die Liste im Kopf zu haben hilft, ja, weil ich muss halt auch wissen, äh, was kann ich denn eigentlich noch ziehen? Da helfen auch so Programme wie Deck-Tracker und so weiter, die sind erlaubt, ähm, ja, findet ihr auch in der, in der Beschreibung, die Links, und, äh, ansonsten spielt man es halt wie ein Midrange- oder ein Tempo-Deck. Von der, von der Grundidee gewinnen Tempo-Decks gegen Midrange-Decks, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich baue in der Regel immer einen Midrange-Deck in der Arena, weil das geht ja auch nichts anderes, und versuche das aber einen Tacken schneller zu machen, weil, wenn du Midrange-Deck gegen Midrange-Deck spielst, 1 zu 1 von der Theorie her gewinnt das schnellere Deck. Warum? Weil du derjenige bist, der als erstes aufs Board geht, schneller und sicherer auch aufs Board geht, das heißt, wahrscheinlicher aufs Board geht, und dann kannst du, äh, bestimmen, welchen Tausch du nimmst und welchen nicht. Und der Gegner, wenn der nicht in der Möglichkeit ist, das zu wählen, dann bist du halt schon ziemlich im Vorteil. Abgesehen gibt es dann noch etwas, das nennt sich Beatdown-Theory, also die Theorie des, äh, ja, des Schlagens eigentlich, nämlich, ähm, wenn du zwei Decks spielst, die Minion-based sind, das heißt, die nur Kreaturen spielen, sagen wir mal Spiteful Druid zum Beispiel, Spiteful Druid versus Spiteful Druid, ähm, dann machen deine Kreaturen, wenn du am Drücker bist, doppelt so viel Schaden wie die gegnerischen Kreaturen, obwohl es die gleichen Kreaturen sind. Warum ist das so? Ähm, du kannst in deinem Zug das gegnerische Gesicht angreifen, und der Gegner kann jetzt dein Gesicht mit den gleichen Kreaturen nicht angreifen, naja, weil er einfach sonst schneller stirbt als du und einfach zu langsam ist. Das heißt, er wird, wenn er keinen guten Tausch findet, einfach eins zu eins die Kreaturen tauschen. Und immer, wenn der Gegner eins zu eins die Kreaturen tauscht, macht deine Kreaturen in deinem Zug Schaden im gegnerischen Gesicht und im gegnerischen Zug Schaden an seinen Minions. Das heißt, im Prinzip so, als ob deine Minions einfach Windzorn hätten. Das ist ziemlich, äh, ziemlich nützlich zu wissen. Das heißt, ähm, öfters auch Richtung, Richtung Gesicht gehen. Und, äh, ja, aber man sollte schon um die, um die AOE-Züge des Gegners rumspielen. Das heißt, nicht in den, in den gegnerischen Feuerstoß rein, reinspielen, oder Flammen, Flammenstoß heißt er, äh, wenn, wenn er jetzt auf sieben Mana hochgeht. Das sind so die, so die Basics. Da gibt's noch so ein paar andere Sachen, aber ich glaub, ähm, im, im Rahmen des, äh, des Guides hier, äh, das ist somit das Wichtigste, dass man halt grundsätzlich auch weiß, wie funktioniert mein Deck, was sind meine stärksten Züge zum Beispiel, ähm, und welche Synergien habe ich in dem Deck, ja. Synergien auch noch wichtig in der Arena, dass man auch schaut zum Beispiel, okay, kriege ich, ähm, im Magier zum Beispiel Synergien um, um Geheimnisse rum mit Kirin Tormage zum Beispiel, oder kriege ich Synergien hin, ähm, mit, mit, ne, mit einem Archetyp zum Beispiel, dass ich sagen kann, ähm, okay, äh, ich kriege eine Drachensynergie zum Beispiel hin. Ähm, das ist beim Deckbuilding vielleicht auch nochmal wichtig, aber dann auch beim Spielen, dass man auch diese Synergie-Effekte hat. Mir passiert's, ähm, häufiger, dass wenn ich mal Arena spiele, ähm, das passiert mittlerweile gar nicht mehr so häufig, aber ich hab mal, ähm, jetzt das letzte Mal, als ich, äh, auch fürs Leaderboard gegangen bin, auch in die Top 100 reingespielt, Europa, und da ist mir dann aufgefallen, dass mir im, im Deckbuilding ganz viele, viele Mechaniken einfach gar nicht so aufgefallen sind und erst im Spielen mir bestimmte Synergie-Effekte aufgefallen sind. Also da auf jeden Fall nochmal, auch vielleicht vorm Spiel nochmal genauer hinschauen. Ähm, ja. Ja, Rewards, die Belohnung kassieren, ähm, sieht dann, äh, vielleicht so aus. Man kriegt immer, ähm, ein, eine Kartenpackung raus, ein Pack, und, äh, dazu je nachdem, wie gut man abgeschnitten hat, noch eine Karte oder, oder Gold oder auch Staub. Also, hier, hier mal ein Beispiel und das Relevante ist, ihr kriegt halt immer, immer die Kartenpackung und das ist halt auch der Grund, warum in Arena, ja, man am, am meisten quasi, äh, Karten oder Dust oder Gold, äh, für seine investierte Zeit kriegt, weil, wenn ihr, und, ähm, Break-Eve nennt sich das, wenn ihr 3,6 Wins im Schnitt in der Arena habt, ähm, dann macht ihr Plus mit der Arena, soweit ihr drüber seid. Das heißt, bei 4 Wins im, äh, im, im Schnitt seid ihr schon gut im, im, im Soll-Bereich drin. Und, ähm, ja, da kriegt ihr einfach viel mehr pro, 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 pro Zeit raus, als wenn ihr jetzt zum Beispiel Standard spielen wollen würdet. Und, ähm, ja, man sagt auch bei, bei 7 Wins in, in der Arena kann man Infinite gehen. Das heißt, man kriegt für die 7 Wins nicht nur die Kartenpackung, ähm, die man, ja, für das, für das Gold eh kaufen würde, äh, sondern man kriegt halt auch noch 150 Gold aufwärts und kann gleich die nächsten Arena ran machen. Und, äh, ja, also, ich hoffe, äh, ihr landet da und, ähm, ja, ich hoffe, der, der Guide hat etwas geholfen. Äh, die, es gibt noch, äh, Drittparty-Tools, vielleicht zeige ich das dazu. Ähm, ich habe es vorhin kurz mal angesprochen, die sind erlaubt und, ähm, es ist ratsam, gerade wenn man nicht gut in der Arena ist, man weiß nicht, welche Karten gut sind und welche auch nicht. Da gibt es mittlerweile sehr viele Statistiken dazu und Programme, die diese Statistiken auch verwenden. Ähm, also habt da keine Scheu, das zu verwenden, um besser zu werden auch. Wenn ihr es ohne Programme hinkriegt, äh, umso besser, aber das ist den wenigsten Spielern, ähm, ja, und das sind dann meistens eher die Leute, die im Profibereich sind, vergönnt. Das heißt, äh, ja, verschwendet da nicht zusätzliches Potenzial, sondern schaut euch das einfach mal an. Äh, und sobald ihr es dann ohne könnt, lasst ihr es auch wieder weg, ist auch okay. Aber, ähm, zu sagen, okay, kategorisch, ich benutze es nicht, wo ich sage, so, okay, kann man auch nicht benutzen, aber warum halt, ja, man, äh, man verschenkt halt doch ein bisschen was. Ich hoffe, ähm, euch hat der Guide gefallen, äh, ja, in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht. Und ansonsten, ich freue mich über Comments, über ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein! Tschau sen!